Herzlich willkommen in meinem Zimmer 2205 im Algari Beach Resort in Cranavro am Schwarzen Meer. Kommt mit! Als allererste sind auf dieser Seite meine Schränke. Da passt mein ganzer Urlaub rein. Da geht es zum Badezimmer hin. Neben mir ist meine riesige Glasdusche mit Tropical Rain, da kann ich mit meinem Partner zusammen duschen gehen. Hier ist mein moderner Waschtisch mit stylischem Waschbecken im Retro-Look. Da rechts davon gibt es reichlich Kosmetika. Jetzt gehen wir zusammen in meinen Schlaf- und Baumbarei. Kommt mit! Jetzt sitze ich ganz bequem auf meinem bequemen Sessel. Von mir seht ihr mein riesiges Boxspringbett. Heute nach habe ich da total schön geschlafen. Von den beiden Seiten gibt es sogar sehr moderne Nachtischlampen. Ein Ventilator drauf auf dem Dach. Das Zimmer ist einfach top. Nagelneu, luxuos und modern. Ich befinde mich gerade in meinem Arbeitsbereich. Neben mir steht mein riesiger Schreibtisch. Auf ihm passt locker mein Laptop. Da kann ich super arbeiten. Der Laptop ist natürlich mit kostenlosem Wi-Fi verbunden. Auf ihm ist auch eine kleine Kaffee und Teebar. Da kann ich erfrischende Tränke nehmen, dass ich munter für meine Arbeit werde. An der Wand hängt mein moderner Flatscreen. Von dem Bett oder vom Sofa kann ich ganz super fern gucken. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight dieses Zimmers. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.